Sieht sie so aus, unsere Zukunft? Ein selbstfahrender Einkaufswagen? Oder ein Tisch, der erkennt, was wir gerade brauchen? Diese zwei Erfindungen stammen von 22 Jugendlichen. Freiwillig haben sie in ihrer Freizeit wochenlang gearbeitet. Am Anfang stand ein intensives Brainstorming. Aus 180 Ideen musste sich die Gruppe auf zwei einigen. Die Schule ist sehr Einzelkampflastig, jeder arbeitet für sich alleine. Das ist im späteren Leben eigentlich gar nicht mehr gefragt. Die Themen sind immer komplex, es müssen sehr viele Leute zusammenarbeiten, von unterschiedlichen Disziplinen, mit unterschiedlichen Aufgaben und das wird eigentlich nicht geübt. Ein handelsüblicher Einkaufswagen, ausgestattet mit einem Scheibenwischermotor und viel Elektronik. Daraus haben sie ein Produkt entwickelt, das uns allen das Leben erleichtern könnte. Also ich gehe mit meinem Handy in den Einkaufsladen und habe die Einkaufsliste auf mein Handy eben drauf und verbinde dann eben über den Chip hier vorne mein Handy mit dem Einkaufswagen und kann dadurch die Liste an den Einkaufswagen senden. Der sucht mir jetzt den kürzesten Weg durch den Einkaufsladen eben heraus und durch Starten fährt dann der Einkaufswagen eben los und hält vor dem Produkt an. Die Gruppe hat sich aufgeteilt. Einige waren für die Hardware zuständig, andere für das Programmieren der hochkomplexen Software, die die Schüler ganz allein geschrieben haben. Das zweite Team hat einen Tisch entwickelt, der sich automatisch der Körpergröße anpasst. Man gibt seine Größe ein und der Tisch fährt auf die ideale Höhe. Hat man zu lange gesessen, fordert der Tisch einen zum Aufstehen auf. Viele Details, aber sich nicht zu verzetteln war die größte Schwierigkeit für die Schüler. Es kamen immer wieder neue Ideen auf, was man nicht noch machen könnte, was nicht lange dauern. Eine versenkbare Steckerleiste einbauen oder sowas. Da hat dann der René immer schön mitgeholfen, hat gesagt, wir sollen uns als Thema halten und sollen nicht abschweifen, was auch wirklich gut war. Dadurch konnten wir dann unser eigentliches Projekt auch gut umsetzen. Ein Extra hat sich aber doch durchgesetzt. Ein automatischer Wasserspender. Selbst die Macher des Makertons sind überrascht, was die Schüler hier geleistet haben. Bei dem Makerton waren zwei, drei Jungs dabei, die würde ich sofort einstellen. Die können sich das Studium sparen. Und man sieht hier schon, dass man die Leute einfach für die Themen begeistert. Dranbleiben, weitermachen, die Produkte verbessern, heißt es jetzt. Denn im Herbst wollen sie damit groß rauskommen auf der Nürnberger Erfindermesse IENA.